komm ja noch gerne jo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge rebu mit dabei ist herr kompetenz guten morgen guten mittag es ist aber schon morgen und ich bin mittag es ist schon morgen und nicht mittag alles klar auf jeden fall zweiter versuchte runde aufzunehmen weil gerade eben haben wir keinen einzigen baum gesehen ich sehe wieder keine mitte gehen die hatte alles klar mit ihr Prozent ja also das Runde gar kein einzigen Baum wie durch die Welt durchgerannt ist auch nicht lustig haben die Runde nicht genommen nein ich hab das mit dem Block verkackt schätzt gar nicht er will okay ich renne weg wo bist du Prozent Achso eine Waffe nein ich hab nur Stiefel und ich hab ne Hohue aber damit kann man nicht schlagen also das bringt nix ok irgendwo muss es Bäume geben oh mein Gott ich habe nicht mehr geschafft die Bäume wo eh wie nett oh okay für die Töne ich raste aus wenn ihr den Ball nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht 60 Blöcke also ich sehe die Bank ist immer so spät oh ja es ist noch voller also zwei bäume oder so 3 4 also auch geschützt 8 3 und als immer gern holz richtig nice auch was ein geschwitze mann was 1 geschwitze ach so ein werkbank ne noch nicht mach ich mal rein ich muss hier kurz erst mal ein schwert und kommen zuerst bekommen so der ich noch kurz noch ab um was noch ein neuer es noch mal nur mit der Hölzspitzen also es ist er kommt er kommt er kommt ich stehe und ich habe sehr schön wunderbar erst weg ich habe mich gemacht um auch noch er hat auch das Wort er hat schon noch kurz bis zum Beispiel Aktion der Grottscheidung gemacht aber es ist nicht die Jahre aus müssen vor der Sade seiner Säme Koma hat erwartet Nürnberg ist sie Prozent ein bisschen gehört weil die Ränze mir wir haben Axt aber dann selber nicht sind kommt trotzdem aufhören und ich komme durch nur ein bisschen holz ein heißen zweit ist man sehr schön kann es ja sogar was werden alle die wunderbar da jetzt müssen wir noch gucken es wird vielleicht noch noch ja wir machen wir dann werden wir dann ach so was schon lasst nicht falten blieser ist gleich die Mönchengladen ja ich habe das 20 Prozent 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 mitkommen ja warte kurz durch den hier so was für unser Feld auch Kürtel Jürgen Jürgen immer erst mit Schönern in der Zeit endlich das aber stattdessen ich habe sie gehört ich der Typ ist worden und ich will tut die Schöpfung der Einladung und kann ich nicht machen kann ich nicht machen nein 9 in die Uhr die Katschen die Stützer kommen Laufen ich kann es bestehen zwischen ich bin noch nicht das ist auch eine Höhle die können wir gleich ran und ich will ihn jetzt auch kriegen das eh low ne das low aber ich hab so kein Wort über die ganzen Map zu rennen ach komm, mal zum Mit- und zurück lass dich da mal rein ja ich mag es mal zurück was ist denn das man kriegt also ich bin hier und schon mal in der Höhle ja ich hab' mal kurz gesagt, komm komm zurück ach du was schützt na shit okay du musst aber noch mal kurz sagen wo du in der Höhle bist weil ich hab' ja ich bin hier oben also und der Wacht zurück mach ich ja dann sind sie ach so da oder ach schon mal drauf es gibt es immer noch ein bisschen holz das Holz dann muss man sich doch hat das Holz gegeben ich bin gar nicht schocken und kraften hier das war eine Picke oder so da gibt es zu tun holz die Kohle ich will es sein mal nicht dann könnte es auch ein Schwerter und schlecht werden von einem ist schon viel wenn man noch ein Team lebt weil es sich für die Schöne hat es so oh 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 Gott Gott Schüsse ich hab so überlebt es gibt es schon aber ich habe mich nicht schon mal konnte ich bitte schon mal darum dass wir in ofen haben so mache ich gerade ich kann dir hier schon mal das alles geben das kannst du dann direkt rein machen wenn wir in ofen haben ja irgendwo ach so da ich untersuch die würde du auch schon mal noch nie paar will mittel ist ich gebe mir erst mal kurz den Ofen du bist da vorne, das bist du nämlich an mach einfach ein paar mehr Ofen auch mal zwei gott das ein Hexe und zwei Skelette ja wenn die Hexe mich vergiftet habe ich einen Guckern hast du Essen? jo komm mal kurz zu dir hoch ich hab zwei Gruppen boah ich dachte da ist einer man du passt da da ist ein Kuchen ja du bist auch auf mich drauf gesprungen und hast du nicht angegriffen ne hab ich auch nicht ich hab grad einen Eisenschwert du das noch ne Hexe wollte ich mich verarschen ja ist nur ein Prank bei Hexen alter da wollen wir wirklich auch auf Rüstung gehen also ja lass probieren ja aber nicht zu viel Rüstung an sich mal ja lieber mal bis so schnell drauf gehen das ist vorbei hier weil wir ich hab uns eh nicht so gut denke ich mach oh Gott ich bin noch 30 Sekunden vergiftet ganz schön ich mach immer ein Schwert mit ja 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 hier gibt's eh keinen mehr da machen wir halt nur das was wir haben ja ok dann gibt's zwei Schwerter die alten hast du dann noch? ja mit also dann vielleicht können wir noch ein Feuerzeug machen wenn wir hier noch auf den finden ja das ist also ja Gravel hier ja dann probier probier noch das wir noch ein Ding machen auch noch keine Schaufel sondern mit der Hand aber ist ja egal das kannst du denn haben das Feuerzeug weil ich kann das eh nicht ich bin auch ein Herz und ich hab's bekommen nächst einer kommt und wird wahrscheinlich tot weil ich auch das bist du ja okay hier nimm mal das hier so mach ich gleich noch ein Feuerzeug ja mit da oben da oben da oben du geschlagt mich doch nicht auf der Herzen hä das macht halt keinen Schaden trotzdem trotzdem die wir haben eine mit dem Sonderkursen Städter von dem das ist es nicht nur so stimmt zu schlau ich glaube hier zum Hochseck und dann großen ja nein dafür dass wir etwas das ist das ist es so so stimmt so das ist es nicht dort ich habe auch in den Kölz und Köln ist ja auch Stimmen der Euro und hier was ist weg so ja wir können nicht um durchgedreht auch Hälfte der Ersten aber das ist auch ich bin auch gut so in den Korn denn das ist nicht nicht was sein es ist nicht es ist es ist es es ist Prozent 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 ein Sch simplicity 1 es gibt trau sogar das ist so low aber der afk als abstammt erst wieder noch ein färes 101 alter ist klar so schnitz machen und ich weiß nicht wie er kommt ist das sind die sache sind keine ahnung was er hat es könnte sein wasser wo bist du nicht können sie schreiben ich bin direkt neben die älter ich bin um freie ist sogar ich wollte es gegen den das ist nicht so wie wir sind ob wir hier so wollen ja die frage ob wir machen halbe Rüstung oder so und dann das ist so ein Opfer weiß er ist in der Monobor dann stoppt ein teammate ab und jetzt ja kein Wunder gewinnt der Mann was ein Opfer das doch jetzt fair machen Alter ich glaub's nicht so ein Resum wäre rüssig ja das wäre doch schon fair oder ich mein hab's eine halbe Herzen mann Sound Music Blicken er legt die Rüstungen auch weil ich die Dings Schuhe hab die Leder ja ich bin noch nicht voll gerackt weißt du checkst du das auch oder ich glaub der checkt das nicht warte mal ich raste noch aus hier ich will jetzt erstmal kurz voll dann können wir hier weiter rennen ja was brauchst du mich ein mein Freund Sound Music nur Schuhe mein Freund Alter komm jetzt Schuhe Sound Music Go ich kann eh kein Wuppe das ist schon mal klar der die besseren Schuhe naja ich hab die Runde noch gewonnen hat so lol low heizt Maul Alter 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 Maul wir gehen wir haben noch die Gründe gewollt ich hab's nicht gedacht da kommen halt das gibt es in Schildkloch Mann das gibt nur Schildkloch er hatte bessere Rüstung wir hatten beide voll Herzen er hatte als so ich hatte Leder Schuhe war für auch von ihm das ist das wenn sich noch um die Ferse so nun gemacht hat obwohl er eigentlich noch die besten Schuhe gehabt hat aber m nice dass du noch fair geblieben bist dann mich als Hurensohn zu beleidigen ist natürlich nicht so toll gibt mir schon den Chat äh Bann aber jo Leute Christus wurde immer noch immer essen schade deswegen aber ich hoffe natürlich euch hat's gefallen wir sehen uns gerne wieder wie gewohnt morgen um 18 Uhr haut rein Leute und ciao bis zum nächsten Mal